es ist schlimm feindliche drohne gesichtet hat gerade angefangen wir gewinnen er leuchtet einmal rum und tötet alle der untergefallen verbündete kontradrohne nähert sich der kassel weg der kassel weg der kassel weg der kassel wieder rausgegangen nur noch drei leute drin die behinderte sind die beiztelst einnehmen Charlie wird gesichert. Feind hat Alpha eingenommen. Charlie gesichert. Komm mal bei Neue. Wann ist das hier half so wild? Oh Gott, hast du nicht gesagt. Was denn? Hat er nicht gesagt, hat er nicht gesagt. Weil jeder da immer reinkampen muss. Ja, ich find das so sinnlos, dass die da immer alle reinprügeln, anstatt das einfach mal zu lassen. Ich bleib immer dann vorm Haus stehen. Ja, weicht ja auch. Und die? Alle drei Schlangen kannst du eh nicht lange haben. Die nehmen wir ein, ja. Links über die Wand kommt einer, glaube ich. Krabbel, krabbel. Einer hat Zigzag. Zwei Wesen. Zigzag down. Weg gesehen. Pfeifen. Jetzt müssen wir einfach so bleiben. Ja. Er heftig in mir ne sämte Garten. Ich bin noch mal ein Camber vorher. Drohne verlässt Einsatzgebiet. Verbündete Drohne nähert sich. Einer läuft bei dir! Wir verlieren Alpha an. Jaa. Guck mal, ich spongebere diese anderen Seite. Alter, ist der? Sichern Sie. Antworten Sie, wir müssen noch übernehmen. Konterdrohne nähert sich. Verbündete Hellstorm unterwegs. Verbündete Kontordrohne nähert sich. Drohne nähert sich. Verbündete Schwebeladung unterwegs. Abgeschlossen. Kontordrohne Mission bei 50%. Geht glaube ich über Wand jetzt. Einen hab ich an der Wand. Drohne bereit zum Einsatz. Abschuss. Drohnen Energie Level bei 5%. Neukehr zur Basis. Kontordrohne erwartet Befehle. Kontordrohne Energie Level bei 5%. In der Mitte. Nein, ich mach vorne rum. Kontordrohne. Oh krass. In Position. Was ist das denn? Wir verlieren C. Oh ne, Alter. Boah. Linke Seite einer. Drohnen Missionszeit bei 50%. Kontordrohnen Mission bei 50%. Einer ist die Bombslick-Lack durch. Wenn ich das vielleicht Ziel annimmst. Danke für die Arbeit. Drohne verlassen. Einsatzgebiet. Kontordrohne wurde eliminiert. Verbündete Drohne nähert sich. Wo passiert? Trägt das Spiel bei euch auch? Ne. Du hast aber nur einen Balken gerade. Ja, ich bin auch in den Fehler aufgetreten. Wir haben sie zerquetscht. Weiter so in der nächsten Rolle. Bitte erläutere das Problem. Das Problem ist, sie ist abgestürzt. Beschältige den Abschuss. Halbzeit. Pandus müsste ja auch gleich kommen. Wollt ihr nur fix dusen gehen? Ja, jetzt hast du Zeit über die Ausreitung. Herrschaft. Oh, Controller, nein! Lass mich nicht jetzt weg. Super, Hüter. Alpha ist abgesichert. Verbündete Kontordrohne nähert sich. Der Feind hat Ziel. Sichern Bravo. Drohne nähert sich. Bravo gesichert. Kontordrohne nähert sich. So, Camping Spot erreicht. Hellstorm unterwegs. Wenn du Lab reingehst, musst du losgehen. Geht weg. Zerstört. Wir verlieren A. Keiner will nicht wahr sein. Drohne erwartet Befehle. Wah, Leute. Zähne Ladung unterwegs. Zickzack auch doch. Ja, wir müssen vier einem A. Was soll denn das? Drohne nähert sich. Nein, doch. Riefer Autorisierung. A. Gesechert. Oder auch nicht. Das scheint ja irgendwie... Allein Mittelsang gerade. Drohnen Missionszeit bei 50%. Nein, das liegt weg. Treibstoffkontrolle abgeschlossen. Verzündete Drohne. Nein. Zerstört. Drohnen Prioritätsabforderung erhalten. Umleitung. Faktisches Ziel zerstört. Oh, wie viele das waren, Alter. Hellstorm unterwegs. Kampf einmal. Zerstört. Drohnen im Luftraum. Gegen Spionage aktiv. So, try again. Hellstorm in Bereitschaft. Ich bin noch arg. Drohnen Energie Level bei 50. Klar. Oh, ich hab nein. Oh, ich hab nein. Das ist gut. Treff ich nicht, Alter. Was ist denn da los? Charlie wird gesichert. Charlie ist schon wieder gesichert. Danke für die Arbeit. Konter Drohne verlässt Einsatzgebiet. Ich treffe... Ich krieg ihn nicht down, den einer, ne? Ist ja gar net. So ist er schon in der zweiten Halbzeit. Ja, ja. Von den 50 Punkten. Alle vom Cut. Down. Down. Zickzack. Mann, die Leute von uns gehen viel zu weit vor. Das fang ich schon ab. Die sollen erst kommen, natürlich. Und dann auch schauen. Weil sie sterben nur, die Leute. Ich will, dass ihr das Netz auslaufen und mir in die Arme laufen. Wie kann ich keine Kills machen? Hallo, Funnel. Ohne. Ohne. Also ihr könnt mich danach einladen, wenn ihr wollt. Ja. Nee. Ja, ich bin dann rausgekommen. Oh, jetzt doch. Ja, ich weiß. Ich bin ahnung, warum. Verbündete Konter Drohne nähert sich. Das war's für sie. Überwachung verloren. Ich bin mal mehr Sau drin. Werd verfolgt. Boah. Er hat richtig rocket launchet. Jo, hab ich gesehen, Alter. Alter. Wir sind schon wieder im Spawn, die beiden. Ja. Na, die nehmen A ein jetzt. Ja, dann kann ich auch nicht laufen. Drohne nähert sich. Ja, hab gleich gewonnen. Alle Orte gesichert. So. Ja. Keine Ahnung. Ist egal. Kannst du noch ein paar mit Äpfeln, ein paar ohne machen, wie du willst. Hallo. Wirklich? Natürlich. Nein, du kannst kochen, was du willst. Oh, du Sack. Du bist immer wieder. Doch. Oh, wir haben gleich viele Punkte, lol. Nein. Setzt dich durch den Apfel? Nee, dann kommst du auf der Reine. Oh, doch. Sie waren uns nicht gewachsen. Mission erfolgreich. Ja, ja. Sie. Mach ruhig wieder ein paar mit Äpfeln. Alles in Ordnung. Wenn der Latte hat 30 Zehn. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.